Die belarussische Sprache ist in der indogermanischen Sprachfamilie beheimatet. Sie gehört zur Sprachfamilie der ostslawischen Sprachen. Weniger als 10 Millionen Menschen weltweit sprechen belarussisch. Derzeit wird sie fast nur in Belarus gesprochen. Die nordöstliche Dialektgruppe und die südwestliche Dialektgruppe sind die beiden Untergruppen der Dialekte, aus denen die belarussische Sprache besteht. Die Geschichte dieser Sprache begann, als sie sich im 14. Jahrhundert erstmals vom Altrussischen abgrenzte. Als professionelles Übersetzungsbüro bieten wir Fachübersetzungen aus dem Belarusischen ins Deutsche und umgekehrt an. Unsere Übersetzerinnen und Übersetzer der belarussischen Sprache sind ExpertInnen auf ihrem jeweiligen Gebiet. Benötigen Sie Übersetzungen auch für andere Sprachkombinationen, kontaktieren Sie uns. Wir unterstützen Sie gerne.